Brauchen wir heute noch Religionen? Oder ist es besser, der Wissenschaft zu vertrauen? Ich bin Steffen König. Ich suche Sinn und Zweck von Religionen. Heute will ich wissen, lassen sich Religionen und Wissenschaft miteinander vereinbaren? Seit der Aufklärung ist es ja so, dass wir aushalten müssen, dass wir die Verantwortung jetzt haben. Im Kern sagt die Evolutionstheorie, wir brauchen keinen Schöpfer. Wie gehen gläubige Menschen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen um? Ja, schwierige Fragen. Ja, aber spannend. Wie gehen Sie mit der Evolutionstheorie? Widerspricht ganz klar der Theorie, dass Gott die Welt erscheint? Aber warum denn? Wo widerspricht es sich denn? Ich würde fast sagen, die Evolutionstheorie ist in der Bibel erfunden. Und wo liegen die moralischen Grenzen der Wissenschaft? Dürfen Wissenschaftler Gott spielen? Wir können uns nicht erlauben, eine Wissenschaft ohne Moral existieren zu lassen. Woran orientiert man sich im Leben? Am Glauben oder an der Wissenschaft? Und was glaubt Deutschland? Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020